Wann haben wir das denn besprochen? Das sollte eigentlich eine Überraschung sein. Apropos Überraschung. Der eigentliche Grund, warum ich heute hier diesen Tisch... Ja, aber ich hab doch noch bestellt und zwar weil... Aber ich wollte doch heute mit dir hier hin. Ja, und wenn ich ihn nicht reserviert hätte, dann würden wir jetzt an der Pommesbude stehen und Rot-Weiß essen. Entschuldigung bitte. Ja, du hast gerade eben gesagt... Oh ja. Sag mal, macht deine Chefin nicht mal Feierabend? Ah, die lutscht es lieber aus wie eine Kabel-Sonnentüte. Ja, und wer es mit sich machen lässt. Sag gerade der Richtige. Wie du dich manchmal von deinen Kunden schikanieren lässt, ist es euch peinlich. Ja, Reichsweise. Ja, Reichsweise. Ja, Reichweise. It's time to say, time to say goodbye. You